Und auch nur weil es wesentlich mehr eigentlich, aber da darf es keinen Rucksäck in der reinbringen und das, was du jetzt siehst, ist halt alles das, was man so noch in den Arsch reinkriegt. Und auch nur weil es so ist, ist halt alles das, was du jetzt siehst, ist halt alles das, was du jetzt siehst.